Liebe Schwandorferinnen, liebe Schwandorfer, zunächst hoffe ich, haben Sie im Kreis Ihrer Familie, Ihren Lieben, Ihren Bekannten ein schönes, besinnliches, aber auch fröhliches Weihnachtsfest feiern können. 2021 war überlagert von einem Thema, nämlich dem Virus. Der hat uns in Schach gehalten. Wir, die Stadt Schwandorf, aber auch andere, haben immer alles versucht, um doch noch irgendwo irgendwas für die Bevölkerung zu organisieren. Leider wurde uns dann aufgrund der Situation oft sozusagen der Stecker in letzter Minute gezogen. Ich hoffe, dass 2022 anders wird. 2021 haben Sie mit viel Disziplin dazu beigetragen, dass wir gut durchgekommen sind. Dafür darf ich Ihnen für 2022 ebenfalls schon im Vorhinein danken. Dann kommen wir gut durch diese Zeit und wir sehen uns das eine oder andere Mal doch auf einem der schönen Feste, die wir zu feiern wissen. Danke dafür, viel Gesundheit, alles Glück für 2022 Ihnen Ihren Angehörigen, Andreas Feller, Ihr Oberbürgermeister von Schwandorf.